Wacht doch. Komm, krieg die Gideon. Nice. Gideon ist tot. Kacke. Nein, ich bin auch weg. Was geht so viel? Ja, ich habe einfach noch Mörder geholt. Ich dachte mir einfach versuchen. Ah, shit, hätte ich vorher mit seiner Attacke getroffen. Hätte ich nur weckrennen können. Ja, du bist jetzt auch. Jetzt sind halt vier Leute von uns gestorben. Ja, scheiße. Nee, drei. Ja, ich bin Luchi, komm mal schneller wieder. Ich bin auch schon da. Ach so, der Gegend ist ein Naber, dürfte jetzt auch zurückgehen. Der hat auch nicht mehr so viel. Ich glaube, der Zeug in zwei oder so. Ja, der Naber steht zurück. Ah, ich kann aber auch meine Ulti anmachen hier. Oh. Ja. Wir machen aber gut Schaden. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Aber Gott sei Dank kann ich weit springen. Ich kann nur wegschubsen. So, ich bin jetzt auch wieder da. Ja, ich sehe mal, der Naber fällt auf der linken Strecke. Ja, Krux ist da gerade rein. Ja, ich gehe jetzt aber, ich hole mal kurz den linken Sammler und dann komme ich auch nochmal nach links. Versuche ich diesen Krux mal zu tun. Ist der linke Sammler voll? Ja, ja. Ja. Schön. Und... Jetzt ist er wieder mehr. Perfekt. So, ich bin auch links. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir hier so viele sind. Ja, die sind alle hier, also. Wir brauchen hier ein paar Leute. Wir halten uns defensiver, vielleicht kann ein auf der anderen Seite durchpushen. Ja, vier gegen die hier müsste reichen. Ja, ich glaube, es sind vier gegen vier. Einster R4. Ich würde sagen, äh, Klubschi, du kannst auf ne Lane alleine. Du hast... Oh, die sind noch mal. Zwei sind unten noch mal drin. Sicher, sicher nicht so. Wir holen uns hier hin, tauschen den gegen Rampage und dann müsste das gehen. Sicher? Ja, ich weiß nicht, weil geh dir ne Lane alleine ist nicht so easy für den. Ja, da kriegt er auch gerade Besuch. Okay, hier sind jetzt. Hier sind tatsächlich viele. Und ich hab geschafft. Kann mir einer... Nabisch ranholen oder wie siehts aus? Wo ist dieser weg? Warte, die sind mittig. EG in Scorch ist mittig. Ja, Greystone auch. Ich bin jetzt aber auch hier. Na was? Mördock kommt von hinten noch. Mördock kommt von hinten noch. Mördock ist jetzt nicht das Problem für uns drin, denke ich mir nicht. Nee, aber... Übersehen sollte man ihn auch nicht. Ja. Schauen wir mal kurz den Damage. Schauen wir mal kurz den Damage. Schauen wir mal kurz den Damage. Ähm, Ikki ist gerade links in den Jungle rein. Okay. Zeichen versuchern anzuziehen. Es wird uns wahrscheinlich so wieder fehlen. Oh. Äh, die sind alle im Jungle. Ja, sind zwei Leute hier. Die sind jetzt rechts hinter dem Club. Oh, ja. Oh. Aber seitdem ich im Mördock. Ich habe ihn sehr. Oh, ja. Ich habe auch den Gegner ist ja echt fies. Der macht ganz schön gut Damage. Kannst du den Randholen? Kannst du den Randholen? Weil ich kann den nochmal betäuben. Um drei Sekunden aber ich habe es meistens. Das liegt voll auf. Oh, EG ist auch da. Und äh, wir haben hier ordentlich Besuch. Wir haben hier jetzt vier Rückzug. Ok, wir kommen zu euch rüber Oh, Alter, war das knapp Murdoch und ich gehen rüber Ja, und ich will weiter hier So, den hast du geschluckt, du Sack Dann passt das, gut Glupschi, ich komm gleich hinter dir, ne? Da komm ich raus Linke Seite Ah, fuck, da kann ich nichts machen Ah, die kommen dann jetzt alle raus Wir bräuchten eigentlich einen, der rechts durchgeht Wenn wir hier zusammen rauf gehen, ich euch dabei heile, dann müsstet ihr das eigentlich schaffen Nur mal so als Idee Ich würde mich gleich lieber nochmal kurz auflevelen Ich habe mich mit 6 Karten gemacht, gerade Ziele ich lieber zurück Ah, die 10er gehen hier auch gerade wieder alle Okay, lass das mal gleich so versuchen Ähm, Gideon geht links drüber Sag du, hinter dir ist guckst Ja, was macht der denn hier? Ach du Scheiße Alles klar So, ich geh schnell nach links Wie kommt der denn hinten? Da ist ja einfach durch den Jungle durch Der hat nicht mehr so viel Leben Ich glaube, die anderen kommen jetzt auch in den Jungle Oder ziehen sie sich zurück Ja, ich komme auch in den Jungle Also ich habe da alles Wir brauchen rechts ein Da ist IG Ja, ich geh fassen Gut, ähm, ja Rechts werden wir gerade hart rangenommen Links ist gerade frei Mittig, sehe ich auch können Versucht mal, ob ihr mit links was könnt Im Jungle denke ich mal Ich ziehe mich aber mal eben kurz zurück Und skill mich neu Ja, dann gehe ich erstmal zum Tower Ein paar neue Kartenpunkte Ein bisschen Damage So, also wenn du willst Könnten wir von mir aus rauf Jawohl, jetzt werde ich hier von Minions blockiert Lack mir doch die Nude Was mache ich jetzt am besten? Ähm, physische Durchdringung Kann man eigentlich immer mal gebrauchen Aber ich glaube, Energierüstung Ist jetzt wichtiger, wenn mir Murdoch begegnet Ah, das kann über sein Jetzt habe ich Ich bin so blöd Ich gehe aus der Base raus Und nimm sofort eine Attacke Was für ein Spaß ist hier gerade am Start Oh man So, ich komme jetzt rüber nach rechts Am besten mal Ja, das braucht es eigentlich nicht So Oh nee, das kommt schon wieder Murdoch ey Der red mich so Ja, der geht irgendwie nur auf die Lane Aber was war da denn? Rechts ist nichts los Ich check mal unseren Jungle ab Jetzt kommt noch Greystone nach links Und Grux kommt auch An die Grux geht nach rechts Und Egan Scratch auch Okay So Grux und Egan Scratch sind jetzt mit der Gleich Ja, die sind mit Wir warten noch auf die Wir warten noch auf die Nein, die Gurken da hinten sind noch Die kommen nicht mit sich die gegen Die Hintergegen kommen hinter uns Ey Du gehst da längst und schließt einfach im Weg um Und ich will da durch und du willst da durch Junge, das ist Multitasking Ja, ich kann mich bei Oh shit, alter Ja, auf wohl Ey, zu viert könnten wir eigentlich auch die Wieso geht ihr nicht drauf? Ich kann euch doch heilen Habt ihr das vergessen? Oh nein, das sind vier Und das sind vier Leute Oh shit Da ist auch Nabos zu dritt Mit mir sind wir dann auch vier Die holen jetzt jetzt den Damage-Buff und Nabosch kommt jetzt auch noch Oh 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 Wir müssen die aufteilen und dann drauf gehen Oder wir können die doch nicht alle da hingehen lassen Und einfach nichts machen Nein Oh okay Zieh euch zurück, zieh euch zurück, Leute Das sind zu viele Ich komme jetzt aus dem Jungle Alles klar Ja Ich hab mal was Sagen sie wenigstens keinen mehr, der sie hat Ah fuck ey Ich würde gern drauf gehen, aber ich bin leider nicht kein Member Dann würde ich die jetzt alle holen Im Alleingang Ja Ich hatte heute 500 Lebensregeneration Ja, ich krieg das hin Oh pass auf, die müssten eigentlich noch irgendwo in unserem Jungle sein Weil ich muss Leute in meiner Nähe haben, die ich supporten kann Die dann die Gegner holen Oder allgemein ein bisschen besser auf Damage gehen Weil ich habe so eine geringe Reichweite Das Krux holen Ja Von hinten kommt noch ein Mörder, dann ich ran, warte ich geh auf ihn Kannst du? Ach man Ja, wir haben Leute das bekommen jemand Ja, los Ihr dürft euch nur nicht gegenseitig blockieren, weil ihr den Kill haben wollt Nein Oh Hätte der getroffen, ich glaub der Typ hätte mich sowas von gehasst Ja Unser Tower wird Kader attackiert in der Mitte Ja, ich geh da mal hin Das ist direkt in den Jungle Ich geh da gerade rein Mann Ja Ja, komm Ja 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 Ich geh zurück du Schlampe So Du gehst zu denen wieder Ja 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 Scham wir doch, was willst du das machen, hä? Willst du deine Freunde holen? Er hat doch keine Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah ja, stimmt Hat einer gerade Zeit, der gut Damage macht, links durchzugehen? Ich probier's gerade auch Zeit habe ich gut Damage, glaube ich aber nicht Ich mach gerade auch nicht so den Damage Von daher Weiß nicht, also was ist denn für euch gut Damage? Der Krux könnte es schaffen Der Krux könnte es schaffen Auf jeden Fall Ich mach 140 Schaden Ja, halt auf jeden Fall einfach jemand, der den Turm schnell wegkriegt Oder nicht drei Jahre steht, der da drauf einklappt Greystone kommt rüber Nach links Nö Ja Hat er jedenfalls vor Hat er verkackt Nö Ich schreibe mich mal hinter euch ein Achtung, Murdock, Murdock Oh Zweimal Murdock So wir haben hier jetzt drei Question kommt wieder links rüber Der hat sowieso Ult Wahrscheinlich Ähm Was haben die jetzt vor? Es gibt einfach Charaktere, wenn man die als Gegner hat Man hasst sie Kann auch nie Nee, komm Äh, ihr kriegt da was Wir können die doch nicht im Stich los Mann, der red mich so auf Ähm Wenn ich mit dem Spielen ist er richtig kacka Tja Habe ich dich gerade die ganze Zeit blockiert? Oh, hinter uns ist Iggy Oh Na Gott Er steht da einfach umständlich sein Türmchen auf Ich kann doch nicht so Boah Ich versuche mich dazwischen zu werfen Lauf Ach du Scheiße Alter Was ist das? Ähm Ähm So, die Ulti hat er schon mal weg Ähm Alter Party Hast du Ult? Lauf 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 Aua Oh fuck Schade Da komm ich nicht dran Boah Boah Jetzt hör doch mal auf damit, Mann Das ist zu weh Ja, ich könnte hier gleich Hilfe gebrauchen in der Mitte Äh, ich komme, ich komme Aber ich bin noch im Spawn Das könnte relativ lang dauern So eine knapp 30 Sekunden da Gut, ich komme euch mal hinterher Ähm Das ist nicht gut Ja, wir stecken hier echt hart ein Fuck Boah, dass ich da noch davon gekommen bin Stein Lol, der hat sogar getroffen Ich muss einmal kurz zurück, ich habe kein Leben Okay So Oh, rechts sind unsere Minions fast durch So gut wie da Oh wow Und jetzt ist der Greystone So komm Der kriegt der ja wohl Gut, das Problem ist wirklich, ich hätte eigentlich schon 6 Kills mehr, nur ich komme einfach nicht dran, weil der so kurze Nahkampfwaffen hat Ja Ich habe mit 140 Leben überlebt Okay Das ist doch gut Ganz schön Ganz schön Ich habe mit 3 Leben überlebt Oh ja Und kurz darauf mit 5 Da war ihm Gott mal niedlich Normalerweise müssten wir jetzt schnell pushen Ein Versuch links gerade Das Problem ist halt rechts in unserem Minions weit durch, aber da ist Greystone, das wäre problematisch und links sind unsere Minions weit hinten Und Krux ist in unserem linken Jungle Ja, ich gehe mal nach links Sonst sage ich mal zu Krux, dass er sich da verpissen soll Hm Aber bitte nicht so unhöflich Nein, nein, ich bin ganz, ganz zärtlich zu ihm Ist der Reddoctor? Du hast nur seine Axt Genau Und deine Keule Ach komm, ey, was willst du denn machen? Hä? Ich bin viel größer als du Jawohl, da holt ihn noch an Nice Ja Oh, jetzt ist der hier, ey, ey, ihr wollt mich doch verarschen Was will der mich jetzt immer da, wo ich bin? Was für ein kleiner Pisser, ne, der verfolgt mich Lass einfach den Turm holen, oder? Oh, du scheiße Ne, 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 ne Leute, rechts ist gar keine Ganz dumme Idee, ganz dumme Idee Ganz dumme Idee, ganz dumme Idee Ja Geh dir hin, schaffst du es? Ja Oh, jetzt hat er seine Dinge ins Ende nichts Ich zieh ihn rein Ah, ne, wir haben ja gar kein Turm mehr, das war dumm Äh, schaffst du das da rechts? Wir haben kein Turm! Nein! Nein! Ich sagte auch, wir haben noch ein Turm Fuck! Wow, wie viel Schaden der Ah, ne, er hat seine Ulti gedrückt, okay Oh, fuck Scheiße, ne Da kommen wir nicht rechtzeitig hin So, Grayson hat sein Ult aktiviert Der geht jetzt durch Jungle Richtung Mitte, glaub ich Oh, das würde wahrscheinlich mich aufhalten, ja Ja, das stimmt Die Gegner sind echt gut, muss man sagen Besser als die letzten Oh, ja, links ist ganz schön was los Drei gegnerische Helden Der Turm dürfte, glaub ich, auch da uns sein Der Linke Schaffst du die Mitte? Ja, ich mach die Mitte jetzt weg, ja Das sollte ich eigentlich schaffen Okay, nicht Dann sind wir wenigstens bei einer Seite genauso weit durch Ich muss gucken, dass du nicht ihre Inhibitoren folgen Ah, pass auf, das ist Oh, okay, versuche ich doch nicht Oh, okay, versuche ich auf keinsten Zum Glück kannst du weit springen, ja Oh, ja Aber ich bin scheiß langsam, wenn ich groß bin Das ist ein Problem Oh, ich hab keine Chance den Inhibitor zu verteidigen Ich komm nach links, ich versuche es Nein Ach man Jetzt lass mich doch mal, alter So, ich bin auch auf dem Weg noch links Wir dürfen den nicht verlieren, denn da haben wir die Super Minions Fuck Der ist schon weg Der ist ja schon weg Der ist ja schon weg Ja Der ist schon weg Ja Oh Ups Das ist nicht so schön Scheiße Da ist er Da ist er Hier, kurze Frage an Krux Wollen wir gleich die Hauptkugel holen, wenn ich wieder da bin Ja Ja, können wir machen Also Krux hier gehört mir, ja Der gehört mir Ich bin gerade in eure Richtung zu locken Warte ich ziehen ran Ach, okay, du hast ihn Hab ihn Darunter ist er nochmal Ist er noch ein Lava? Schauen wir mal direkt an den Chat Exeter seine ulti Ja, lass mal drauf gehen auch er wollte seine dinge im sinn ist das ein kleiner tower die fans pass auf ich gucke mal ich da von hinten irgendwie rankommen verpiste ich kristin achtung tritt uns drei kacke ok dass du auch immer so viele freunde zu dir holen muss das ist nicht okay ich bin doch jetzt erst da war das er ist das ja gar nicht was laber ich die ganze zeit ja das frage ich mich auch manchmal aber jetzt blockieren die mich hier wollte mich verarschen nein der stein war zu weit was soll ich da machen das war sarkasmus ich hatte den stein geworfen aber da wurde leider gestand wer nicht gestand geworden dann hätte das stein perfekt gepasst hat er doch noch seine ulti was werden was sagte er denn was ihm passiert hier da hat er aber immer ein bisschen zu viel optimismus war ja irgendwie schulden was was für ein idiot er rennt er da einfach mal in den turm ich würde gern gg schreiben aber kann man ja leider nicht die sind hier gerade richtig und die sind hier rechts rein die machen gerade das mann mann erkennt machen die karte bei uns meine fünf sekunden habe ich meine ulti dann könnten wir da vielleicht auch freuen wenn du willst alles klar ich mache okay doch nicht da sind drei ja ich bin auch schon gegangen weil das ist nicht so viele auch schon gegangen bin ich einfach perfekt auf dir drauf kennen wir doch schon ja so knapp leute wir brauchen immer ja hier kommt schon brauchen dringend hilfe das kann nicht sein die ganzen minions abwehren wir sind einfach wieder nur am verteidigen ich komme nicht drauf ja das ist einfach jedes mal eine scheiß situation ja ziemlich doch an soviel du willst du sagt was dachte dir ja hier auch noch jawohl ich bin zwar fast tot aber scheiß drauf zu viel optimismus genauso wie quasi so fern gerade ich gehe mal kurz zurück oia o shit so generate extra kreis dünn sei schon groß müsst ihr euch holen dafür habe ich nicht mehr genug leben ja ich mache die karte ich gehe mal zurück ich habe mich in meinem deck verrechnet merke ich gerade ich habe einen punkt übrig zum schluss das kann ich noch ändern so gut da kriegen wir probleme wegen den super minions da kriegen wir noch probleme weil da noch die gegner kommen werden eine müsste einfach mal durch rechts durch damit ihr auch mal oder mit aber mitte werden wir da wenigstens den einen inhibitor kaputt machen dann haben die auch super minions auf ihrer seite ich gehe rechts rüber und irgendwie ein bisschen hilfe können aber jetzt nicht alle nach rechts gehen sonst haben wir hier wieder können wir alle sind rechts denen höchstens zwei also ein kollegen dazu haben sie schon alles noch einer und wein page geht er und wein plötzlich rechts dann warten wir mal was die gegner als nächstes machen hier ist krux das war ja mal wieder klar aber den könnten wir eigentlich ziehen oder wir holen gleich erstmal die hauptkugel wenn krux hier hinkommt dann können wir das schaffen wie schnell schlägst du denn zu mit krux ja ja ich kann rüberkommen ok ja mein deck basiert eigentlich mehr auf angriff und angriffsgeschwindigkeit ja habe ich auch so ich mache mit dem nur damage und angriffsgeschwindigkeit äh geht ihr im pass auf greift der greift zum schluss alle 0,3 sekunden an du machst pro schlag 200 schaden das reicht mir ja ich mache gerade 258 schaden an minions linke strecke ich brauche dann hilfe ja ich komme gerade bin gerade unterwegs und die rechte strecke wird auch schon wieder angegriffen ich fange schon mal an oh gott alter nur bisch ist hier nur bisch nur bisch ist hier nur biert hallo nur biert auch kreis und auch so schön haben wir richtig richtig besucht probleme das park oh nein lasst mich doch in ruhe da kriegst ein stein lassen so ein bisschen das war's dann mit der hauptkugel ja da könnte man ja ja wie ich das hasse mitte wir haben mitte viele minions durch hat geister und seine ulti muss gucken ob er leuchtet am postbanken ja er leuchtet scheiße wie ein weihnachtsbaum aber da ist ja auch ja ok alter schaffen unsere minions dass da gerade das wäre auf jeden fall geil komm das haben wir für minions mal komm sonst what team ich hätte gesagt ich kann probieren durch zu rennen das auf jeden fall mitte jetzt oh shit ok oh nice sie haben es geschafft nice wenn wir die jetzt eliminieren könnten wir uns die kugel holen ja aber ich denke mal 8 minutes dann geht mitte dass sie den direkt wieder weg holt ich glaube sofort hin wobei gravestone ist das noch zum mittleren auf dem weg aber alleine da jetzt hin zu rennen bringt es auch nicht ich guck mal ob ich rechts was machen kann ich verteile mal diese super minions hier es wäre richtig gut wenn wir das schaffen würden mitte und rechts weg wenn gleich einer zeit hätte wäre es glaube ich gar nicht mehr so schlecht aber wobei verteidigt lieber ich guck was ich auch machen kann ja ich will mir mal mörder kohlen der ist hier auf meiner seite gravestone augen sie hat ihn wird man auch einfach nicht los was macht denn hier ich meine kommt die ganz kurz macht und geht ihr du läufst direkt da rein da sind sie wieder zu viel doch nö versuchte einfach zu verteidigen also versuchte einfach so viel zeit für möglich für mich raus zu schlagen dass ich den inhibitor weg krieg jetzt habt ihr nicht gestorben ist wie viele habt ihr da in der mitte äh jetzt nicht mehr so viele zwei ok das heißt zwei sind noch irgendwo anders ne wobei Iggy ist links ja komm den habt ihr gut er passt auf Iggy ist bei unserem Kernfass Alter hab ich mich erschrocken wo kommst du denn her du Sackgesicht ich geh mal zu Iggy so kann ich vielleicht sehr viel Schaden machen jetzt sollten wir mal den Kern verteilen so oh oh der wird jetzt viel einstecken müssen logisch der steht dann kann man ruhig sein nein oh ich hab Christen gerade fast komplett alleine getötet ich habe die seine ulti gezogen und er ist so gut wie tot so mit dem angreifen wird es wahrscheinlich wieder nix so ich muss mich noch üben ich zieh mitte durch also guckt ihr dass er in der Mitte was reißen können ok ich pass mich einfach irgendwie an ich lauf dir hinterher unterstütze ich so gut wie es geht so meinen letzten Punkt noch total war der Klubschi ist schon da hinten ja macht ihr Mitte ich werde wahrscheinlich sterben aber kein Problem gut Leute nein ich krieg den nicht ich krieg den nicht die sind gleich wieder da so viel Zeit haben wir nicht mehr wir müssen uns einfach alles rausholen oh der ist so gut wie tot er versucht mal ein nach rechts rüber schnell ja komm ich bin auf dem Weg Krux komm mal mit die anderen gehen am besten einfach müttig bleib mit ich geh rechts ich bin eher da als gut wie weg aber alleine Mitte kann ich auch nicht schaffen ja dann ja dann Achtung jetzt das Krux da ja ich bin auch hinter dir ich geh Richtung Mitte ich helfe dir wäre so gut wie tot weil bei mir auf der Seite war grad nur einer mit vollem Leben nein der Turm achso achso wie dumm na scheiße jetzt kommen wir da alle wieder äh ist das nervig fuck ähm ja werden wir beide den gleichen Charakter was ein bisschen scheiße ist unser Turm muss schon wieder ein bisschen einstecken Murdoch könnten wir schnell loswerden ja aber in Kombination mit Nabash ist Murdoch dann doch wieder so da oben kommt die Krux ist bei uns beim Turm wollen wir den dann ignorieren und einfach den inhibitor oh oh ich muss zurück sonst ist unser Turm was wird unseren Kern los ich bin gleich da wir haben da absolut nicht aufgepasst wir haben verloren naja ja das ist ah kacke tschi da war Krux alleine drauf ja eigentlich war das gar nicht mal so also wir wollen nicht so hart weg genudelt eigentlich ja so es gibt schon bessere Runde das Problem was wir halt irgendwie immer haben ist wir sind nur am verteidigen wir kommen irgendwie nie in den Angriff mhm das ärgerlichste war dass ich Craystone gerade nicht gekriegt habe hätte ich den noch getötet dann hätte ich den inhibitor gekriegt der kam echt full live an ich habe ihn seine ulti gezogen und nach der ulti hatte ich ihn noch so gut wie tot nur einschlag und er wäre weg gewesen daher ich gehe jetzt auf wünsch euch gute Nacht tschüss tschüss tschau tschüss